Der Panzer. Ein Meisterwerk. Gigantisch. Mächtig. Feurig. Pure Ästhetik. Und einfach Metall. World of Tanks trifft erneut mit Sabaton zusammen. Und daraus entsteht etwas ganz Neues. Das Spiel-Event Geist des Krieges findet vom 27. August bis zum 6. September in World of Tanks statt. Ihr kennt die Regeln. Zehn Tage. Zehn Stufen. Doch diesmal ist die Hauptbelohnung ein Stufe 9 Premium-Panzer. Der wundervolle Stritzwagen K. Ja. Dieser schwedische schwere Panzer sieht umwerfend aus. Er besitzt wahren Esprit und Kraft. Und noch etwas. Sabaton. Einfach Wahnsinn. Der Panzer hat außerdem großartige Werte. Ein stabiler Turm, ein vielseitiges Geschütz, guter Höhenrichtbereich. Alles, was ihr fürs Gefecht braucht. Jedoch, was den Panzer besonders macht, ist sein Status. Es ist der einzige Stufe 9 Premium-Panzer im Spiel. Der Stritzwagen K. besitzt die Vorteile sowohl der Stufe 8 Premium-Fahrzeuge als auch der Stufe 10 Fahrzeuge. Wie alle Premium-Panzer verdient er mehr Kreditpunkte im Gefecht. Und noch besser, er verdient Anleihen. Genau wie ein Stufe 10 Fahrzeug. Das alles kann euch gehören. Doch es wird natürlich nicht einfach, den Stritzwagen K und seine besondere Besatzung zu erhalten. Und es wird noch schwerer, den 3D-Stil zu bekommen. Aber es ist die Mühe wert. Denn dieser Panzer ist wirklich einzigartig. Er ist der Rockstar von World of Tanks. 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 Der Rockstar von World of Tanks.